Ja, servus, Leute. Ah, da wird erstmal getanzt. Ab ins Gefecht, ne? Schöne Grüße nach Österreich. Und an Lukas. Und an Luis. Die anderen, das schreibe ich mir noch auf. Sind doch 5, 6 dazu, also 5, 6 geworden. Die es gucken. Danke, danke dafür. So, wir sind auch gelandet hier. Ne? Landung erfolgreich. Oh, vor uns. Ich mache hier mal meinen ersten Kill. Oh, die First Plant sogar. Oh, hätte ich das gewusst. Hm, hätte sie nicht geteilt, ne? Genau. Dreckiger. Richtiger Gönner bist du. Aber ich sag mal so, für deinen Kanal und so. Ja, richtig, das ist nett. Ich bin Papa, Papa Gönnung. Papa Gönnung. Papa Gönnung. Papa Gönnung. Papa Gönnung. Papa Gönnung. Ich habe sogar tatsächlich eine M4 gefunden. Das halbwegs brauchbares. Ey, warum? Oh, hier ist eine M3 drin, wenn du willst. Ne, ich habe eine M4. Wir gefunden. Hinter uns ist einer. Bot, oder? Kann sein, muss nicht. Bot kommt und bumst dich. Ich brauche noch ein Scharfschützengewirr. Wolltest du mir den abstauben? Ne, ne, souverän unterstützt. Ja, du bist ein richtiger Dreckiger. Gönne ich dir. Gönne ich dir, wollte ich sagen. Hinter uns ist noch einer bei 350. Ich bin auch zur Papa Gönnung gekommen. Ja. Hä, wo ist der? Weg. Auf der Brücke. Wie auf der Brücke. Ich habe es zuerst gesagt und habe mich auch zuerst bekommen. Ja, ich habe es zuerst gesagt auf der Brücke. Rechts an der Hütte. Nils, rechts an der Hütte. Der kommt zu mir. Welche Hütte? I need help. Ja, ich brauche erstmal Rüstung eigentlich. Ja. Oh, ist ein richtiger. Zone, kommt auch. Wir sind richtig dumm. Macht voll Terror. Macht voll Terror, der Junge. Ah, ich habe die noch. Können wir gleich ins Auto steigen. Aber ich geh jetzt gleich drauf auf die Zone. Ach ne, die ist noch gar nicht so aggressiv. Wie dir der Lukas sagen, die kickt noch nicht so. Die kickt noch nicht so. Ja, Mann. Schönen Grüße an Lukas. Wo bist du denn heute? Wir warten, Alter. Ich fahre mich weg, Bro. Ich habe nur noch 10 TD. Ja, ich fahre mich voll weg. Gas. Gas. Rechts ist Gaspedal. Danke. Uhuhuhu. So, ich habe nur drei Kits. Ein bisschen wenig. Ich habe auch nur zwei. Also der Modus war schon mal schlimmer, muss ich sagen. Ich habe ihn schlimmer in Erinnerung. Wir könnten, ja genau. Oh, ich bin ausgefügt. Lass knallen, Bruder. Ja, ne, ich hole mir hier den Abwurf. Der Rauch kickt. So, jetzt muss er Dinge, die noch runterkommen. Oh, Muni, hey. Knappe 50 Schuss nur noch. Ich habe mehr, aber... Kann dir was geben? Oh, Gegner hier runter. Ich habe mehr, aber ohne Strand, oder? Hehe, ja. Wo ist der Freak? Natürlich ist er nicht mehr da, alles klar. Wir haben ihn sonst so auf dem Weg gemacht. Hast du Platten rausgeholt, irgendwas? Nee, nee, alles der komische Dude daneben. Ich habe nur Aufsätze. Hast du eine Waffe rausgeholt, wenigstens? Ja. Was habe ich gerade noch umgekommen? Oh, da ist noch jemand hier. Oh, da ist da irgendwas. Der will doch schon wieder Stress sein. Ich mache mal Sensor. Hier hinten ist der hinterm Berg. Der ist noch nicht überm Berg, Bruder. Der wird ja gleich vorkommen. Nee, nee, der kommt jetzt mal in unsere Mündung hier rein. Wow, der hat mich weggemacht. Danke. Oha, der kickt aber übelst. Sag das doch. Sag ich doch. Ja, habe ich doch gesagt. Hä? Was machst du, Junge? Ist da übelst aufgegangen? Ich dachte, ich kann doch, dass ich die Karre holen. Hier vorne steht doch ein neues. Irgendwo. Na. Oh, Bro. Mit den Fettgriffeln hier. Dr. Wurstfinger oder was? Dr. Wurst. Geh doch bitte hoch. So. Okay. Wo ich noch ein vernünftiges Scharfschützen gehört tatsächlich. Oh, den habe ich weggemacht. Mule. Ey, was ist denn? Oh, eine gute Platte. Sie wollen, bewegen sich die Bots so. So toll. Hakelig. So fast realistisch. Naja. Da oben noch. Ein Bot auf LSD. Boah, der hat mir jemand den Hintern gerettet. Ist das schon wieder dieselbe alte von vorhin, oder nicht? Nee. Ich mache sowas nicht. Das war ja klar. Was war das für ein Mega-Jump? Hey, wie viele kommen da noch runter? Komm schon. Jetzt halt die Schnauze und stirb einfach. Sorry. Schon wieder Moose. Das ist das dritte Mal, dass ich die kille. Ich habe Moose draus gemacht. Der ist meine Moose. Alter, der auch schon wieder. Yo. Wegen ihm habe ich jetzt hier meinen Abwurf verpasst. Nee, doch nicht. Danke, Bruder, dass er hier... Oder oben. Na, kriege ich nicht. Aber den, ne? Ach, hör doch auf. Komm, pack ich das Sniper aus. Ist hier Holland wieder in Not, ne? Was ist wieder los? Ist Holland in Not? Hier nochmal schnell ein Bot geholt. Weißt du so. Ja, wer klauen mir denn die ganzen Kills hier, Alter? Ich nicht. Ich bin nicht in deiner Nähe. Wow, der hat mich jetzt weggebracht. Scheiße, der André. 7, 2, 1. Spapst. Ah, Junge, ich komme immer auf den Schussbutton. Moin, Budi. Da unten versteckst du dich. Nee, brauchst du dich nicht verstecken. Ich bin doch da. Ich habe dich doch gesucht, Mensch. Bei dem 4 ist jetzt nicht schlecht auf die Distanz. Die gefällt mir. Die kickt. Die kickt ordentlich rein. Würde man nicht sagen. Ja, schade, dass du das nicht online bist. Ich verpasst dir eine sehr gute Runde. Ich schallert. Ich schallert. Ich schallert. Ich bin schon zweistellig. Ich bin zweistellig, ja. Okay. Und du? Ich auch. Okay. Jetzt muss ich langsam aber auch woanders hin, weil hier ist gerade nichts los. Da oben, komm mal. Boah, rechts, links, geradeaus. Ich bin doch jetzt tatsächlich ein bisschen gestorben. Ein bisschen gestorben, nur. Nee. Junge, ich packe das Sniper wieder ein, das auch behindert ist. Ja, das sieht die Distanz zu nah. Oder man kann halt damit nicht umgehen. Nee, die waren wir weg. Ey, die sind nicht ausgebaut. Ich bin ja auch immer auf den Gegnern, aber dann ist noch irgendwo da noch ein Teammate, der den dann abschnaubt. So. Ja, okay, hol mich doch mit deiner Pumpkin. Mach doch. Und jetzt? Ist trotzdem ein Idiot. Idiot da. Wie gestern? Wo war es dann, ey? Das ist halt absolut der Hammer. So, hab ich ihn wieder geholt. Gestern? Wo war es dann, ja. Das war auch, Alter. Die Flüge gehen raus. Hey, ich kriege einfach noch einen Kill, weil die zu doof sind, Alter. Junge. Wie war das noch mit den 28? Ich glaube, du hast jetzt 32. Du 31. 27. 29. Yo, Junge, überzeugt bin ich. Ich bin voll stolz um mein Schöl. 28. 29. Vielleicht schaffe ich noch die 30. Nee. Naja, von hinten. Ach, wo kam er denn schon wieder? Ich hab mich jetzt auch schon ein paar Mal geholt. Ich mach mal die 30 voll, ne? Schön für dich. Boah, die sind oben und hab'n Snipe. Ach, schade. 31. Ja, 30, hä? Warum hab ich jetzt erst 30? Ich hab doch grad zwei Kills gemacht. Na, ich hab' dann jetzt 31. Ja, alles nur für meine Zuschauer, damit die auch was zu sehen haben. Sonst kriegen die immer nur so Kackrunden von uns zu sehen hier. So, Leute, dafür. Ich nehm's ja nie auf. Stimmt, ey. Oha. Da bin ich aber weit, weit ab. Ja, 30, Alter, hör doch auf. Und nur viermal gestorben. Junge, Junge. Ich bin fünfmal gestorben. Ich hab' schon dominiert, Alter. Alter, Schwede. Ja, Leute. Daumen hoch, würde ich sagen, ne? Und kommentatieren. Kommentation. Will ich sehen. Wo ist der Luis? Einen guten Platz 6 hat er gemacht. Einen guten Platz 6. Haut rein. Danke fürs Zuschauen.